Und halt so lange, wenn ich so zurückdenke... Was war denn alles so? Hast du ein Award gewonnen? Das ist zum Beispiel total schön, ja? Ja, ja. Ich bin ja so... Und dann... Ich bin ja in England, weil ich dachte, dass er ganz in London war! Liedlich, oder? Ich weiß nicht. Ich hab deine Damen und Herren! Dann haben wir... Dann haben wir in Hamburg, ich weiß nicht wer dabei war, hat der ein so geiles Konzert, nämlich unsere Einwohnerz. Einwohnerz. Dafür, wir müssen einfach mal Danke sagen! Danke für so viele Menschen, die bei minus 14 gerade auf sich nehmen, hierher zu kommen, die in Hamburg waren, die mit uns die ganze Zeit unterwegs sind und so weiter Strecken auf sich nehmen und so. Und deswegen muss ich mal ganz mit dem Pipi in der Augen sagen, Dankeschön! Das ist so... Das versteht schon. Das versteht. Das versteht schon. Das versteht schon. Wir haben, äh... Tinko? Was sollst du denn? Ich wollte nur mal... Ich wollte nur mal stehen, okay. Das ist nur mal ein Fernsehen in diesem Jahr! Ja! Es wird ein Film gemacht, in deinem Fernsehen! Das ist mein Pleasure! Das ist eine Fernseh-Gedriebe! Und zwei von uns hatten dieses Jahr sogar Sex! Und ihr dürft einmal raten, wer... Und? Ich darf noch was verraten! Nicht miteinander! Ihr dürft verraten, wer das von uns ist! Und ich kann noch was verraten! Es ist nicht Fest-Ray! Ich bin... Ich bin doch total gemein! Fest-Ray hat so eine kleine Nullrunde! Ja, schade! Nein, also... Wo hab ich eigentlich hinausgebrachte! Wir waren dann auch noch nach der 100. Show in Sylt! Auf Sylt! Drauf quasi, ja! Alter! Habst du IN SYLT gesagt? Ja! Ich bin jetzt meine Wunderbeleidigung! Hör mal auf! So! Und, äh... Wir haben da uns zurückgezogen in eine wunderschöne kleine Hacienda... Am Strand! Und haben da ganz lustig Songs geschrieben! Und den ersten davon... Äh... Möchten wir euch quasi jetzt vorstellen! Also einige kennen ihn schon! Denn der heißt nämlich... Leg down or the world down... Leg... Leg... Politics on the World! Leg... La 건 der Song beschreibt einfach alles wo es geht Reiß... Die Mauern nieder! Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.